Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zu einer Produktvorstellung, die mir persönlich etwas Pippi in die Augen treibt. Es hat jetzt Jahrzehnte gedauert, bis er endlich erschienen ist. Der MAN SL 200. Der Oldtimer unter den Oldtimern. Das Pendant zum Mercedes-Benz O305. Die Schwester des O305, denn wie man sieht, sie sehen sich sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, genau dieser Bus hat für OMSI, oder auch für OMSI 2, völlig egal, einfach gefehlt. Und ich bin froh, dass er endlich erschienen ist. Ich kenne das Schmuckstück aus meiner Kindheit. In Bonn sind sowohl der O305 als auch der SL 200 unterwegs gewesen. Und ich habe mir hier mal ein schönes Repaint ausgesucht, weil es mich sehr an die RSVG-Variante erinnert. In Hennef gibt es ihn noch als Infobus. Zumindest hoffe ich, dass es den so noch gibt. Und jetzt haben wir ihn hier. Für 14,95 gibt es ihn aktuell bei Steam. Und ich kann euch das Ding jetzt schon nur empfehlen. Aus einem einfachen Grund. Er gehört einfach dazu. Er gehört einfach dazu. Wenn ihr das O305 Add-on habt, dann braucht ihr dieses Add-on hier auf jeden Fall. Und wenn ihr es nicht habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall dieses Add-on hier holen. Und vielleicht auch noch den O305. Denn, wie gesagt, die beiden Dinger braucht man einfach. Wir schauen uns das Fahrzeug mal von außen an. Ah, herrlich, oder? Man gibt mir das Herz auf. Sehr schön. Ja, es ist natürlich jetzt nicht das RSVG-Design. Wir haben ein anderes Kennzeichen. Es werden einige Repaints mitgeliefert. Unter anderem natürlich auch die BVG-Variante. Und was mir sehr gut gefällt, direkt auf Anhieb, ist, wir haben das MAN-Logo. Also der Wagen ist lizenziert, der Bus ist lizenziert. Wir bekommen zwei Fahrzeuge im Endeffekt in insgesamt vier Grundvarianten. Das hier ist jetzt die Standardvariante in Typ 1. Da gibt es noch Typ 2, 3 und 4. Und dann gibt es natürlich noch die Stulp-Variante. Also mit dieser schönen Stulp-Front in Typ 1, 2, 3, 4. Wir schauen uns Typ 1 an. Denn es gibt so viel, was wir an dem Bus per Klick verändern können. Da kommen wir aber gleich zu. Obwohl er eigentlich kaum Veränderungen braucht. Aber was soll's. Wie gesagt, wir haben das MAN-Branding. Finde ich sehr schön. Sehr passend hier auch die Zierleisten. Und ach, das ist... Da geht's Herz auf. Hat er einen Türknopf? Ja. Hat er. Ist das was? Oh. Und die erste Tür öffnet sich. Super ist das. Wir gehen in den Innenraum. Fahrer, Arbeitsplatz. Das ist was, ne? Das ist noch Lenkrad hier. Da ist nix mit Servolenkung und allem hier. Da musstest du noch kurbeln, 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 war da angesagt. Da hast du noch richtig gearbeitet als Busfahrer. Und man sieht auch am spartanisch ausgestatteten Fahrerarbeitsplatz. Und am Cockpit an sich. Der nimmt sich kaum was zum O305. Natürlich ist es ein bisschen aufgeräumter, hier das MAN-Dashboard. Wir haben jetzt nicht so viel, was Knöpfe angeht. Aber da können wir auch noch ein bisschen was machen. Dann das Heizungssystem, beziehungsweise das Lüftungssystem. Das kennen wir alles. Dann die spartanische, einfache Kasse und natürlich die kantigen Hämmer-Endtüren. Die jetzt natürlich nicht funktionieren, weil ich die Zündung noch nicht eingeschaltet habe. Das werde ich gleich machen. Wir gehen mal in den Innenraum. Hier dann der größere Unterschied zur Mercedes-Variante. Wir haben eine kantigere Deckenbeleuchtung. Hier sind Lautsprecher verbaut, Haltestangen, natürlich die Dachluken. Das darf nicht fehlen. Und Sitzbänke. Richtig schöne Sitzbänke. Schöner Bezug. Wir haben scharfe Texturen. Wir haben auf jeder Sitzbank natürlich das Polster drauf. Diesen schönen Gummilappen, wie ich ihn immer nenne. Wenn man beim Bremsen dann mal vorhaut, irgendwie mit dem Kopf oder so, dass man nicht direkt auf die Metallstange kracht. Wir haben hier sehr interessante Stopp-Taster, aber die können auch getauscht werden. Das schauen wir uns gleich an. Das ist auch so ein markanter Unterschied zum O305. Wobei ich weiß, dass wir in Bonn andere Stopp-Taster hatten. Aber gut, kann ja jeder halten, wie er will. Und hier natürlich das Ding. Wenn es gleich auch noch klingelt, wenn ich den Stopp-Taster teste, dann werde ich bekloppt. Weil hier erscheint dann ganz groß Stopp in so einer rot bis Jose-roten Schrift. Und das Schöne ist, dieses vergilbte, dieser vergilbte Rahmen. Das war bei unseren Fahrzeugen auch so der Standard. Das Ding sah immer aus. Ah Gott, ich hätte mal meinen können, okay, der Bus ist immer schick, aber das Ding ist immer vergilbt. Das Schild ist definitiv später dann nachgerüstet worden. Weil als die Kisten eingeführt worden sind, ich glaube Mitte der 80er war es, die fuhren ja dann bis Mitte der 90er, zumindest in Bonn und sind dann sukzessiv ausgetauscht worden gegen den O405 und den MANNL. Da war das noch nicht mit Handy und so. Aber macht ja nichts. Feuerlöcher, also alles ist schön scharf und lesbar. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Genau, Wagen-Nummer und alles wunderbar. Richtig schöne Piktogramme. Hier oben noch der Wagenkasten, der Elektronikkasten, da versteckt sich die komplette Pneumatik-Technik für die Türen und alles und Sicherungen und sowas. Und dann hier. Hebel nur im Notfall umstellen, soll da wahrscheinlich stehen, und Tür von Hand öffnen. Und das Ding funktioniert, das probieren wir gleich aus. Sehr schön. Notausgang, natürlich dann die uralten Nothemmer, Klappfenster, so wie sich das gehört, Standardzaun, natürlich Klimaanlage, da war damals noch nicht dran zu denken. Und hier war auch nicht hier, das ist Sitzkomfort im rustikalen Standard. Hinten das Fenster und dann der dünne Rahmen hinten weg. Und dann hatte man diese riesige Heckscheibe. Diese mega große Heckscheibe. Hier hinter versteckt sich dann das Linienrollband der Heckmatrix mit der kompletten Technik. Auch schön scharf, scharfe Deckentextur. Hier sind die Lüfter, die wir auf und zu machen können. Finde ich auch sehr schön gefilmt, sehr gut. Lern wir uns gleich mal anschauen. Wir wechseln mal die Sicht. Hier ist ganz gut, genau. Da haben wir den Kinderwagenbereich. An Rollstuhl hat man da auch noch nicht so gedacht. Deswegen hat man hier auch nur das alte Piktogramm für den Kinderwagen. Es war gar nicht so einfach, hier reinzukommen. Besonders, weil diese Stange, diese Haltestange war immer im Weg. Also ich weiß das noch. Wenn ich eine andere Sicht erwische. Ja, das ist eine gute Sicht, genau. Man sieht das hier. Die ist nicht ganz mittig angebracht. Also hier war so Ein- und Ausstieg auf beiden Seiten im Endeffekt. Aber Kinderwagen passte meistens dann nur auf dieser Seite. Also wenn man sich was von außen anschaut, rechte Seite Kinderwagen, beziehungsweise von innen dann linke Seite Ausstieg mit Kinderwagen. Es gab aber genug, die haben es auch auf der gegenüberliegenden Seite probiert, wenn es dann kleinerer Kinderwagen war. Wenn du aber schon einen Zwillingswagen hattest oder sowas, dann wurde das schon kompliziert. Also ich weiß, dass ich Leute gesehen habe, die den Kinderwagen dann angehoben haben und haben den über die Stange gehoben und alles Mögliche an Akrobatikkunst vorgeführt, um den Kinderwagen hier reinzukriegen. Und da war noch nichts mit groß hier Sitze und Klappsitze und so. Nee, da hast du noch gestanden oder du hast dich hier hingesetzt oder du hast dich dahin gesetzt, du hast hier den Arm durchgestreckt, um deinen Kinderwagen festzuhalten. Dann haben wir hier die Sitzbankbestuhlung auf der rechten Seite mit jeweils zwei und hier dann Einzelsitze und hier dann vierer und da dreier. Ich glaube, da gab es auch Unterschiede in der Bestuhlung. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es in Bonn gewesen ist, aber sehr, sehr ähnlich. Ich finde das toll. Und wie gesagt, hier erkennt man halt, dass es ein MAN ist an der Beleuchtung. Das war früher als Kind für mich auch immer schwer oder dann auch als, ich will nicht sagen Jugendlicher, als Heranwachsender, als ich so die letzten Fahrten der Fahrzeuge noch mitbekommen habe. Ich bin ja 89er Baujahr. Da ging es ja dann schon bald los, dass die Fahrzeuge auch wieder ausgetauscht worden sind. Ich glaube, sogar in den 70ern sind die gekommen. Ich bin mir gar nicht mehr so genau, gar nicht mehr sicher. Also ich kenne sie halt aus meiner Kindheit noch. Da haben sie so ihre letzten Jahre verbracht. Aber ich glaube, Ende der 70er, Anfang der 80er hat die Stadtwerke Bonn die Kisten bekommen. Und von außen kommt man das gar nicht immer so genau erkennen, ob es ein Mercedes war oder ein MAN, wenn die dann angeschossen kamen. Aber innen hat man es dann doch gesehen, den Unterschied. Hat die Leute nicht wirklich interessiert. Bus ist Bus. So, Fahrerarbeitsplatz. Wir schmeißen mal die Zündung an. Und hauen mal auf die Hupe. Standard. Und wir haben keinen Initialisierungssound. Also zack und fertig. Das Ding ist sofort da. Natürlich Leuchtmelder. So, wie sich das gehört. Batteriespannung etc. Haltestellenwunsch. Haltestellenwunsch. Haltewunsch. Temperaturen. Blah. Warnblinker. Sehr minimalistisch. Kann man sich heutzutage alles gar nicht vorstellen. Natürlich Kühlwassertemperatur. Tank. Öl müsste das sein. Ja, genau. Öl. Und, ach, das hier war, glaube ich, der Vorratsdruck. Wenn ich mich recht entsinne. Vorratsdruck. Bremskreis. VA. Genau. Betriebsdruck. Genau. Bremskreis Vorderachse. Bremskreis Hinterachse. Und der Betriebsdruck lag bei 8 bar. Genau. Und dann natürlich die riesen Knüppel. Für Scheibenbischer. Und all sowas. Feststellbremse. Hier noch richtig knackig. Wenn wir die mal umlegen. Da bewegt sich noch richtig Mechanik. Dann natürlich das Mikrofon. Schiebefenster. Große Spiegel. Der ist ein bisschen klein geraten. Aber man hat einen guten Blick. Die Tür. Ja. Das war einfach nur so eine dünne Plastiktür. Und mehr war das nicht. Da war noch nichts. Hier mit Kühlschranken und Köfferschirn abstellen. Und irgendwas. Das hat es alles nicht gegeben. Aber man hat es nicht gebraucht. Und natürlich hier das Pendel. Auch einfachste Technik. Und dann einfach eine getönte Scheibe. Ja. Heutzutage hast du da richtig noch Platz hinter und alles. Aber damals ist das alles nicht gebraucht worden. So hier. Das kann man nicht öffnen. Dann haben wir hier. Wagen Nummer 0, 0, 0. Ja genau. Sitzplätze 40. Stehplätze 42. Ja. Sehr minimalistisch. Sehr minimalistisch. Ah. Sitzplatze und Stehplatze. Ja. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Genau. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ihr hört das. Hier natürlich auch der Spiegel. Um nach innen. Um in den Innenraum zu schauen. Dieser ist beweglich. Das finde ich super. Den kann man sich so schön einstellen. Ich erinnere mich immer noch an die Fahrer. Damals, wenn ein Fahrerwechsel am Hauptbahnhof oder so war. Und dann haben die da an dem Spiegel da rumgefummelt. Um den ordentlich einzustellen. Wie ist das, wenn ich draußen. Kann ich den Spiegel draußen umstellen? Kann ich den anpassen ein bisschen? Nee ne. Geht nicht. Doch geht. Da geht es. Sehr gut. Das ist auch so ein kleines Detail. Das ich total nett finde. Und den anderen kann ich den auch umstellen. Kann ich auch an. Ja. Kann ich auch. Oder bewegt er sich? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, das funktioniert auch. Dann natürlich Linienrollband ist ganz klar. Ich habe jetzt Grundorf als Hofdatei ausgewählt. Gucken wir mal gerade. Ob F8 war es und dann Bild runter. Ach, Quatsch. 1, F2, F3, F4, F5, F6. Was war der Shader? Nein, ich will jetzt nicht. Bei Mercedes konnte man das Linienrollband ja hier stellen. Und es ist halt auch fleißig gekurbelt worden. Kann aber auch sein, dass sich das Rollband einstellt, wenn man Linie und Rute schildert. Ich versuche das jetzt mal gerade hier. Über das Doof-Menü. 1, 1, 1. Und dann einfach irgendwas nehmen wir. Ah ja. Okay. Also, ihr müsst nicht über die Tastenkombination, sondern... Ich habe es jetzt einfach mal über das OMSI-DOOF-Menü eingegeben. Also über die manuelle Eingabe. Und dann hat das direkt geschildert. Deswegen gehe ich davon aus, wenn wir... 0... Ja, also es wird manuell... Manuell geschildert. Ich habe übrigens gehubt, weil meine Kopfhörer sich abgeschaltet haben. Macht aber nichts. Man braucht ja... Was braucht man denn großartig? Wenn ich jetzt was anderes auswähle... Tag Schulbus. Geht ganz schnell. Sehr schön. Ah, ist das traumhaft. So, jetzt kommt aber der spannende Teil. Ich mache noch das Licht an. Auch ein Knopf. Man braucht nicht mehr. Und das Licht ist an. Sehr schön. Sehr dezent. Aber hell. Dann vorne. So. So. An und aus. Und Standlicht. Sieht sehr schön aus. Ach, ist das schön. Uh, Blinker. Guckt euch diesen Blinker an. Ah, da ist noch Kraft hinter. Rücklicht funktioniert auch. Sehr schön. Rückwärtsgang hier. Ah, genau. Was? Ah ja. Da kann man dann die Wagen nur mal einblenden. Hier die AA0001-7. Auf diesem Repaint zumindest. Das Klappen kann man leider nicht öffnen. Bin hier ein bisschen schade. Aber gut. Ist halt so. Darum soll es primär ja auch gar nicht gehen. Nebelleuchten haben wir hier unten. Fernlicht. Das sind jetzt alles wunderbar. Die Matrix, beziehungsweise das Rollband. Das ist ja keine Matrix. Schön beleuchtet. Und jetzt kommt der Clou. Wir öffnen diese Box. Ein bisschen schwerfällig. Ah. So. Und. Dann kann man hier ein bisschen was klicken. Allerdings hat man hier jetzt das Problem. Ähm. Kommt da ein bisschen schlecht dran. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob ich die Kasse verschieben kann. Ob die drehbar ist. Glaube nicht. Das ist aber, wäre schlecht. Weil sonst habe ich hier halt ein Problem. Ich kann zwar klicken, aber. Ne. Ich komme nicht an alles dran. Das kann man besser lösen. Muss man gerade schauen. Kann ich die Kasse lösen? Kann ich die Kasse? Ist die drehbar? Nein. Das sieht nicht so aus, als wäre die drehbar. Das sieht überhaupt nicht so aus. Können wir mal die Sicht wechseln. Und mal schauen, ob man vielleicht vorne irgendwie passentechnisch rankommt. Nein, kommen wir nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Also ich versuche mal so an die Kasse ranzukommen. Übrigens auch. Mit Wechselgeld sofort nachzählen. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Geldrückgabe. Die müsste aber eigentlich doch schwenkbar sein. Ach, hör doch mal auf. Ne, aber ist sie nicht. Sie ist nicht schwenkbar. Schade. Wäre schön gewesen. Oder es gibt hier einen Knopf, um das auszulösen. Heizung. Vorn, hinten. Bei Glatteis oder schlüpfriger Straße. Abschalten. Ja, ja, genau. Alle Knöpfe können betätigt werden. Im U305 sind es Schalter, Kippschalter. Hier sind es halt Knöpkes. Aber ich kann die Kasse nicht verschieben. Ist schade. Tickets. Natürlich kann ich rausgehen, wenn ich das will. Oder gibt es hier. Wascher. Intervall. Belüften. Nebelscheinwerfer. Haltestellenbremse ist auch klar. Zündschlüssel. Motor abstellen. Anlasser. Genau. Batterietrennschaltung. Aber ich kann die Kasse nicht verschieben. Okay. Gut. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann auch den Schlüssel nicht rausziehen, oder? Kann ich nicht. Gut. Können wir jetzt die Kasse natürlich nicht verschieben. Ich mache das Ganze ein bisschen blöde. Weil wir halt nicht an das Ding komplett rankommen. Und im PDF-Dokument. Wenn wir das jetzt nebenbei hier nochmal öffnen. Was nicht funktioniert hat. Sehr schön. Ach, Blödsinn. Ich gehe mal nebenbei in den Ordner. Add-ons. Bitte. Das ist alles ein bisschen blöd. SL 200. Wie ist das denn hier abgebildet? Ja, ja, ja. Das sind die ganzen Typen-Bezeichnungen. Was man alles ändern kann. Genau. Und dann wird auch gezeigt. In this box. Ja, in this box. Ja, der hat einen anderen Typen. Einen anderen MAN-Typen ausgewählt. Der dann auch schon Kippschalter hat. Und da kriegt man die Box dann ganz auf. Ich kriege die jetzt nicht ganz auf. Und ich sehe nämlich hier auf der Liste steht noch ganz, ganz viel. Was wir jetzt hier so gar nicht sehen. Aber wir können ja der ganzen Sache Abhilfe schaffen. Indem wir uns jetzt einfach noch einen Typ 2 spawnen. So. Spawnen wir uns einen Typ 2. So. Ich habe jetzt mal die Gripse mit Selbstüberlistung angewendet. Ich habe mir jetzt mal die Stulp-Front gespawnt. Da sieht man dann auch einen kleinen Unterschied. Die Front ist ein bisschen übergestulbt. Das sieht aus wie so ein kleines Käppi. Und hier geht die Kasse auch ganz auf. Es kann sein, dass es beim ersten vielleicht nicht geht. Bei dem Repaint, das ich ausgewählt habe. Dass das schon vorgegeben ist, wie es sein soll. Auf jeden Fall. Eigentlich ist es so. Ihr klickt. Ich kriege die Liste da nicht mehr rein oder was? Auch so. Also ihr öffnet. Hier, wie ihr seht, es funktioniert auch. Da ist auch eine kleine Uhr. Haben wir im ersten Wagen nämlich nicht gehabt. Hier ist das Rollband bei der Stulp-Front auch anders. Das sehen wir gleich alles noch. Bin maximal verwirrt. Davon haben wir Leuchtung her anders aufgebaut. Nein. Nicht wirklich. Sitzteksturen sind jetzt die gleichen. Das macht aber nichts. Gut. So. Wir haben die Stulp-Front. Das war das, was ich sagen wollte. Und wir haben andere Heckleuchten. Genau. Und ein anderes Nummernschild. Das ist klar. Und dann haben wir hier natürlich einen Kühlergrill. Den haben wir bei der ersten Variante nicht. Ich mache das aber jetzt mal ein bisschen. Damit man die Unterschiede besser sehen kann, stelle ich die Busse mal ein bisschen nebeneinander. Doch, da haben wir auch den Kühlergrill. Also wir sehen hier den Unterschied schon so ein bisschen, was das Heck angeht, mit der Beleuchtung. Der hat mir doch gerade was angezeigt. Da konnte ich doch was. Ah ja. Auch die Nummer. Ja, nein. Ich will den Bus jetzt gerade mal nicht irgendwie übernehmen. Wenn ich jetzt hier nochmal das Fahrzeug anklicke. Und wir übernehmen den nochmal. Dann sehen wir, das geht einfach nicht. Ich nehme an, dass das halt vorgegeben ist. Aber dann nehmen wir uns halt die Kiste. Weil da können wir ein bisschen was machen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben auch ein anderes Lenkrad, wie wir sehen. Also wir machen die Schublade auf. Man sieht auch hier, das Interieur ist ein bisschen anders. Der fache Arbeitsplatz, das ist hier ein bisschen moderner gestaltet. Eine Uhr und all sowas. Und der hat auch ein Ibis. Also das geht auch. Er hat keine Matrix. Er hat auch ein Rollband. Aber das wird dann halt hier rüber gesteuert. Das kennen wir ja aus dem U305. Gut. Wir machen die Schublade auf. Klicken die Liste an. Und dann können wir rumspielen. Wenn wir das wollen. So. Frontlogo. Das MAN-Logo. Mit Schriftzug. Ohne Schriftzug. Hinten dasselbe Spiel. Gar keins. Frontgrill. Frontemblem. Frontbumper. Window Vans. Was sind Window Vans? Was ändert sich? Wir schauen. Ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ich sehe es gerade nicht. Aber kann auch an mir liegen. Naja. Selling Hood. Selling Hood? Aha. Ähm. Reifen. Klare Kiste. So. Radkappen. Hinten genauso. Exhaust System. Okay. Mein Englisch ist voll eingeschlafen. Moment mal. Window Vans. Was war das nicht. Äh. An den Türen. An den Scheiben. Äh. We are there. Ja. So. Äh. Es gibt so viel. Rücklichter. Standard. Und dann können wir noch die Linker doppeln. Oder diese nehmen. Türmechanismus. Was heißt denn Türmechanismus? Jetzt bin ich gespannt. Moment. Aber was ändert sich jetzt an der Tür? Ah. Moment. Ops. Habe die Liste weggemacht. Sehr gut. Ja gut. Mario hat es toll gemacht. Ändert sich die? Nö. Okay. Alles ein bisschen neu für mich. Das sind übrigens die Ziffern. Handrails. Das müssten die Handläufe sein. Okay. Gut. Äh. Interior Stop Buttons. Ja. Die kenne ich noch aus Bonn. Die kenne ich. Die kenne ich noch aus. Die kenne ich noch aus. Oh ja. Da ist es. Und nicht Stopp, sondern Wagen hält. Ja. Die gab es bei uns. Interieur Hedges. Ach. Ach. Guck an. Man kann ja so viel machen. Root Signs. Ja. Schilder. Klappschilder. Dashboard. Genau. Ja. Das Moderne. Und das Alte. Und ganz, ganz viel mehr. Door Separations. Heated Mirrors. Kabin Fan. Das müsste der Ventilator sein, ne? Ja. Da ist er doch. Och. Und noch ganz viel Kabin Fan. Dummy Button. Door Closing Option. Mhm. Wahrscheinlich automatisch. Und die Engine. 147 kW. 129. 177 kW. Sehr schön. Aber das Matrix System tauscht er nicht aus. Ne. Würde mich auch wundern. Wheel with Lining. Front Cap. Rear Cap. Genau. Ne. Das wundert sich nicht. Das Ur verschwindet auch nicht. Das Ibis auch nicht. Wird ich das Ibis überhaupt benutzen? Wahrne nicht. Okay. Gut. Heated Mirrors. Aha. Draw Separation. Ah. Okay. Das gab es bei uns nicht. Aber jetzt wissen wir, was das ist. Zielschilder haben wir auch. Okay. Motor. Oh, 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 oh. 116. Aha. Aha. Okay, durch Anklicken. Wir haben hier auch ein anderes Lenkrad. Das ist jetzt Typ Stülpfront, Typ 1. Wir haben ein anderes Lenkrad. Also da muss man immer gucken. Schaut auch mal in die Readme. Das ist dann Typ 1, das ist glaube ich Deutsch. 2, da gibt es auch Russisch, Französisch, sonst was. Müsst auf jeden Fall mal in die Readme schauen. Da ist das alles erklärt. Leg mal einen Gang ein. Ja, hier ist Kurbeln angesagt. Dann haben wir einen riesen Auspuff. Ja, herrlich. Also, es gibt ganz, ganz, ganz viel einzustellen. Ihr könnt euch das nach Belieben schick machen in dem Bus. Ich muss da auch noch so einiges ausprobieren. Ich finde es schade, es wird kein SWB Repaint mitgeliefert. Ich finde das total super, wenn es eins gäbe. Hier, 14,95 kostet der Spaß. Und der ist es definitiv wert. Standardfront, Stülpfront, jeweils in vier Typen-Varianten. Ein Muss für jeden OMSI-2-Fern, meiner Meinung nach. Ich kann es euch definitiv nur empfehlen, euch dieses Add-on zuzulegen. Es ist definitiv ein Oldie, der zum OMSI-2 einfach dazugehört nach so vielen Jahren. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Aerosoft für die Bereitstellung dieses Produkt. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Ich werde ganz, ganz viel Spaß damit haben und den Bus in der einen oder anderen Folge bestimmt auch mal fahren. Neuendorf bietet sich zum Beispiel sehr gut an. Gucken wir mal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem MAN SL 200. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.